Willkommen zur zweiten Folge hier bei Metalizer zu Rayroot. Wir haben ja immer noch den Rushhour Mode. In der ersten Folge hatte ich euch schon mal ein bisschen was erklärt dazu und wir sind jetzt in Welle 2 von 10 hier und so wie es aussieht läuft es ganz gut. Ich hatte ja nochmal ein zweites Gleis eingerichtet, damit die von Westferry zu Poplar kommen. Rayroot ist wie bereits erwähnt ein Fahrdienstplanmanager. Also wir sorgen dafür im Prinzip, dass Züge an ihren Zielort kommen, das möglichst pünktlich, weil wir wollen ja im Prinzip ausreichend Punkte dafür erhalten, dass wir pünktlich fahren. Und wir haben jetzt auch hier schon die zweite Welle geschafft. Jetzt kommt die dritte Welle. Da kommt jetzt nochmal ein neuer Bahnhof dazu, West India Quarry. Und wir sehen auch hier, wie gesagt, es gibt ja die Bestenliste und dann können wir uns mit anderen Spielern weltweit vergleichen. Natürlich könnt ihr euch mit Freunden auch vergleichen. Also wenn ihr im Freundeskreis schon immer mal den Traum hattet, als Fahrdienstleiter aktiv zu werden, dann könnt ihr das, wie gesagt, ab sofort auch tun. Es ist im Early Access. Und jetzt ist es so, wir haben in Westferry mehrere Züge, die ankommen und wohin geschickt werden müssen. In dem Fall jetzt von Westferry nach Poplar. Die Züge halten natürlich aber auch für eine gewisse Zeit am Bahnhof. Das heißt also auch im Umkehrschluss, wir können nicht einfach sagen, fahr jetzt sofort los. Da müssen wir nicht darauf achten und warten, bis die Züge abgefertigt sind. Und bei den Strecken ist es auch so, wenn wir die Strecken platzieren, also die Schienen platzieren, dann muss der jeweilige Streckenabschnitt frei sein. In dem Fall jetzt hier sehen wir rot, der Streckenabschnitt ist gerade belegt und grün bedeutet frei. Das heißt, wenn er rot ist, können wir aber auch nicht weiterfahren. Und wir hatten jetzt halt eben die Herausforderung, dass wir mehrere Züge haben, die von Westferry nach Canary Wharf fahren wollen. Und ich habe dann halt eben angefangen auch zu überlegen, okay, wie kann ich das West India Quay auch noch verbinden und noch anschließen. Da haben wir nämlich immerhin auch drei Gleise. Im normalen Spiel müssten wir uns die Sachen kaufen, also müssen wir uns die neuen Bahnhöfe kaufen. Das zeige ich euch aber in der nächsten Folge auch nochmal, wie denn der Endlos-Modus aussieht, in dem wir uns auch Sachen freischalten können. Denn man muss dazu sagen, hier in diesem Rush Hour Mode haben wir schon einige Sachen freigeschaltet. Unter anderem halt, wie bereits erwähnt, die verschiedenen Farben für die Bahnhöfe, dann haben wir noch die automatischen Signale. Also es ist wirklich, wirklich umfangreicher und wir haben hier, wie gesagt, sehr viele Sachen freigeschaltet. Jetzt so, ich versuche jetzt hier gerade von Canary Wharf eine Verbindung herzustellen zu Poplar, was nicht so gut funktioniert hat. Dementsprechend werde ich es nachher wahrscheinlich auch nochmal abreißen. Wir haben nämlich noch einen Zug, der von West Ferry nach Canary Wharf fahren muss und den lasse ich jetzt gerade mal reinfahren. Und wir sehen auch, ich bin jetzt schon 1 Minute 22 hinter der Bestzeit hinterher, also hinter der globalen Bestzeit. Wenn man die Zeit natürlich auf 25-fach stellt, dann ist man natürlich auch wesentlich schneller. Wenn man pausiert, läuft die normale, reguläre Zeit weiter, also für die Bestenliste. Das gilt halt, wie gesagt, für den Rush Hour Mode. Und ich habe jetzt hier einen Zug, der von Poplar nach West India Quarry und dann, glaube ich, war das nach Canary Wharf fahren muss. Und dementsprechend habe ich versucht, die Strecke hier jetzt zu platzieren und zu setzen. Wir haben aber in dem Rush Hour Mode auch nur eine begrenzte Anzahl von Gleisen. Und ihr seht schon, ich komme jetzt mit den Gleisen gar nicht mehr hinterher. Ich schaffe es halt gar nicht, die Gleise auch in der Kurve zu ziehen, weil jetzt fehlt mir der Anschluss dafür. Dementsprechend habe ich noch ein bisschen umgebaut und überlegt, wie kann ich das denn am besten machen? Aber da ist mir auch relativ schnell aufgefallen, das geht nicht so, wie ich es gerne hätte. Also man muss ein bisschen gucken, die gestrichelten Linien, die wir hier sehen, die weißen gestrichelten Linien, zeigen eben auch an, so hey, du kannst hier nicht durchfahren. Jetzt habe ich nochmal angefangen, ein bisschen abzureißen. Das Abreißen geht übrigens auch. Rechte Maustaste oder nochmal rechte Maustaste, was ziemlich cool ist. Das ist ein ziemlich gutes Komfortfeature. Und da habe ich mir gedacht, naja, warum soll ich denn von Canary Wharf noch auf Gleis 1 bei Westfairy drauf fahren? Kann ich auch über Gleis 2 machen? Und habe da so ein bisschen versucht zu bauen, ein bisschen versucht, die Weichen zu setzen und zu legen. Und der Vorteil ist, bei den automatischen Signalen werden die Weichen auf automatisch gestellt. Im regulären Spiel, wenn ihr am Anfang beginnt, im Endlos-Mode, habt ihr nur normale Signale. Das sehen wir, wie gesagt, auch nochmal später. Und da muss man die Weichen auch noch selbst setzen. Wenn man das Signal freischaltet, also freigibt den Streckenabschnitt, dann kann man die Weiche auch nicht mehr ändern. Zumindest habe ich es noch nicht herausgefunden, wie es geht. Das geht vielleicht auch noch, mal gucken. Aber zumindest hatte ich bisher immer das Problem, dass ich die Weichen dann nicht mehr stellen konnte. Sondern man muss sie im Vorfeld stellen. Und dann wird der Weg gezeichnet, den der Zug dann eben entsprechend nimmt. Neben normalen Personenzügen, also das sind jetzt hier Personenzüge, gibt es auch noch Güterzüge. Auch die sehen wir im späteren Verlauf nochmal, weil die Güterzüge, bei denen ist es meistens so, es gibt auch Aufträge im Spiel. Und bei diesen Aufträgen halten die Güterzüge teilweise extrem lange an einem Bahnhof. Und das kann schon unter Umständen ein bisschen kompliziert sein. Denn es ist auch so, wir sagen zum Beispiel, der Güterzug soll auf Gleis 1 reinfahren. Und dann steht da irgendwie 20 Minuten, also 20 Minuten im Spiel. Und das kann schon extrem lange sein. Dementsprechend ist das Gleis 1 dann derzeit belegt. Wenn jetzt aber ein Zug kommt, ein Personenzug beispielsweise, und fahrplanmäßig auf Gleis 1 halten soll, dann würden wir eine Strafe bekommen, wenn wir ihn zum Beispiel auf Gleis 2 oder 3 reinfahren lassen. Um das zu umgehen, können wir später in der Forschung auch noch den Gleiswechsel freischalten. Das ist ziemlich praktisch, das ist eine der ersten Sachen, die ich jetzt immer freigeschaltet habe im normalen Spiel. Wie gesagt, dazu kommen wir auch gleich nochmal. Hier ist, wie gesagt, der Rushhour-Mode. Und wir sehen jetzt auch hier schon, es wird voller auf unserem Schienennetz oder auf unserem Streckennetz. Und ich musste jetzt hier echt gucken, wie ich die Züge am sinnvollsten fahren lasse. Und, naja, sind wir mal ehrlich, ich glaube, besser geht immer. Schlechter wird wahrscheinlich schwierig. Ich glaube, ich habe mich hier echt doof angestellt. Also gerade was die Signale auch angeht. Und deswegen habe ich später auch nochmal alles nochmal abgerissen und neu gebaut. Und das ist das Schöne an Railroad. Wir haben, wenn wir Gleise platzieren, kriegen wir die Baukosten auch 1 zu 1 erstattet. Das heißt, wir können immer nochmal das Streckennetz ein bisschen optimieren, ein bisschen rumprobieren und laufen nicht in dieses Geldproblem rein. Es gibt später noch Momente, wo wir auch Minus machen können. Keine Frage, das gibt es nachher auch noch. Aber für den normalen Bau der Gleise, wenn wir sie einmal platziert haben, dann ist das auch relativ einfach. Wir brauchen, wie gesagt, im späteren Verlauf zahlen wir auch dafür mit unseren Credits, dass wir Gleise verlegen können. Und das ist auch teilweise echt teuer. Aber wenn wir sie einmal platziert haben, dann haben wir eigentlich keine Probleme mehr. Jetzt habe ich hier so ein bisschen rumprobiert und rumexperimentiert, ob ich den Westfairy nicht doch nochmal mit dem zweiten Gleis anschließen kann. Hat dann auch irgendwie geklappt. Ich habe nochmal irgendwie Signale gesetzt, damit die Züge schon mal aus dem Bahnhof raus können, damit die wenigstens im Fahnen sind. Das habe ich beispielsweise auch, ich meine, ich fliege ja in letzter Zeit häufiger mal. Und es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie direkt am Gate noch zu stehen mit dem Flugzeug. Sondern teilweise ist es so, dass der Pilot beispielsweise sagt, ja, wir haben jetzt gleich unseren Pushback und dann stehen wir zumindest schon mal auf dem Rollfeld und der Abflug verspätet sich um ca. 30 Minuten. Aber wenn man halt weiß, okay, das Flugzeug rollt schon mal, dann setzt es im Kopf irgendwie so einen Moment ein, wo man halt merkt so, naja, cool, jetzt geht es ja langsam los. Auch wenn du dann nachher auf dem Rollfeld noch irgendwie 20 Minuten stehst, aber zumindest hast du, sagt dein Kopf dir, hey, es geht los. Und so ist es halt mit Zügen ja eigentlich auch. Wenn wir aus dem Bahnhof rausrollen und zumindest langsam rollen, dann sagt der Kopf schon mal, oh cool, es geht langsam los. Anstatt irgendwie eine halbe Stunde am Bahnhof rumzustehen. Aber gut, genau, dadurch, dass wir hier im Computerspiel sind, in einem Videospiel, ist das, glaube ich, nicht so das große Problem. Das Einzige, der halt meckert, ist der Sprecher im Rush Hour Mode, der halt sagt, oh, du bist aber viel zu gut oder viel zu schnell. Oder der halt eben sagt, hey, du hast deine Aufgabe nicht erfüllt, weil du halt einen Zug nicht abgefertigt hast. Ihr seht es aber auch hier. Ich habe versucht, die Züge durchfahren zu lassen. Wir sehen uns auch kurz vorm Ende der dritten Welle. Das heißt, wir sind eigentlich relativ gut dabei. Und wir sehen ja auch dieses Blinken neben den Symbolen. Wir sehen jetzt eben, okay, wo muss der Zug hin? Wann möchte er überhaupt losfahren? Und zwischendurch eignet es sich wirklich einfach mal die Zeit, ein bisschen vorzuspulen. Jetzt habe ich hier von West India Quay den Zug von Gleis 2 mal losfahren lassen, damit der zumindest mal ankommt. Dann habe ich geguckt, wo muss der andere Zug eigentlich hin? Dann habe ich gesehen, ach ja, der auf Gleis 1 muss ja nur nach Poplar oben hoch. So, ist ja easy. Kriege ich ja locker hin. Ja, und so fuhren die Züge dann langsam los. Und ich habe halt versucht, auch die Gleise langsam freizuräumen. Also im West India Quay habe ich gemerkt, oh, von Gleis 2 komme ich ja gar nicht auf Gleis 2 beim Quay. Also von Wharf zu Quay rüber. Dementsprechend habe ich da nochmal kurz die Gleise gesetzt, damit zumindest der Zug auch schon mal losfahren kann, die Gäste abfertigen kann und unsere Passagiere abfertigen kann. Und habe dann halt eben auch gesagt, okay, der oben von Canary Wharf auf Gleis 1, der jetzt gerade losfährt, der muss ja nur nach West Valley rüber, kann der auch schon mal easy und locker losfahren. Ja, und so habe ich halt versucht, die Züge in verschiedene Blöcke zu unterteilen, dass sie zumindest ein bisschen in Bewegung sind, damit es irgendwie halbwegs funktioniert. Man muss dazu auch sagen, die Züge können tatsächlich auch crashen, wenn wir nicht aufpassen, gibt es einen Unfall. Und dann ist es auch so, dass wir nur sagen können, lade den letzten Spielstand oder eben starte neu. Aber der letzte Spielstand, den könnten wir beispielsweise laden. Finde ich ein ganz gutes Prinzip, um ehrlich zu sein. Man kann ein bisschen schauen, man muss mal gucken, wie der Autosave eingestellt ist, also ihr könnt ihn euch selber einstellen. Ansonsten kann ich euch den Tipp geben, speichert so oft es geht. Ja, und das war jetzt auch, glaube ich, schon die dritte Welle dann komplett jetzt abgeschlossen. Ich muss einmal noch oben nach Poplar den einen Zug hochschicken. Jetzt habe ich 25-fache Geschwindigkeit eingestellt, damit das fertig wird. Ja, und damit war die Welle dann auch schon durch. Und man muss, wie gesagt, auch wie bereits erwähnt, es wird von Welle zu Welle schwieriger. Was aber auch, finde ich, ganz gut ist. Wir sehen jetzt hier, ich habe jetzt ein automatisches Signal neu bekommen und sieben neue Gleise. Man kann auch den Sprecher nochmal muten, falls man den nicht mehr hören möchte. Und ja, mit der vierten Welle wurde es dann nochmal ein wenig heftiger. Und dann würde ich sagen, machen wir mal kurz einen Sprung, weil ihr habt jetzt ja Züge schon häufiger fahren sehen und rumfahren sehen. Ich zeige euch einfach mal die nächste Stelle, die relevant und spannend ist. Ja, wie ich bereits erwähnt hatte, es gibt einige, es gab eine Stelle, wo ich das Schienennetz nochmal umgebaut habe. An dieser Stelle sind wir jetzt angekommen. Ich habe hier nochmal ein bisschen was abgerissen und gesagt, ach nee, so kann ich nicht weiterbauen. Das geht so nicht. Ich muss auf jeden Fall eine Verbindung zwischen Poplar und West India Quay herstellen. Irgendwie, auf irgendeine Weise. Das war gar nicht so einfach, um ehrlich zu sein am Anfang. Weil ich mir gedacht habe, ach, was mache ich jetzt? Ich muss jetzt mal das Signal wieder rausnehmen. Das nochmal abreißen und dann nochmal mit ordentlich Schwung quasi in die Sache rangehen. Also, und da habe ich festgestellt, hm, da kann ich keine Weiche stellen. Okay, das ist irgendwie auch doof. Da habe ich das so verbunden. Und jetzt hatte ich endlich, endlich die Verbindung, dass ich West India Quay mit Poplar verbinden konnte. Da war ich dann schon mal ein bisschen zufrieden, auch wenn es nicht ideal ist. Ich habe dann nochmal ein paar Signale gesetzt und festgestellt, es sind viel zu viele Signale, um ehrlich zu sein. So viel hätte ich gar nicht gebraucht. Und habe halt jetzt gesagt, okay, jetzt kann der Zug oben von Gleis 3 tatsächlich zu West India Quay direkt ansteuern. Das war dann schon mal ganz praktisch. Aber es wurde schon echt mehr. Man sieht tatsächlich, wie viel mehr Züge jetzt hier auch reinkommen und durchfahren. Und dann habe ich gedacht, okay, lasse ich nochmal von West India Quay auf Gleis 2 in Zug hoch fahren. Das hat dann zum Glück auch geklappt. Weil der musste nämlich unten, der auf Gleis 1 steht, muss hoch zu Poplar. Das war dann halt schon mal ein bisschen komplexer. Aber zum Glück ging das dann auch irgendwie ohne Probleme. Man merkt halt eben auch, wie man sich kontinuierlich verbessert. Also, ich habe es zumindest festgestellt. Die ersten Male gespielt habe ich gedacht, oh Gott, ich bin komplett überfordert. Auch wenn das Tutorial sehr gut ist, muss man dazu sagen. Aber ich war mit meinem Schienennetz nie zufrieden. Oder mit meinem Streckennetz nie zufrieden. Und ich habe immer versucht, mich halt weiter dran zu tasten, um noch besser zu werden. Man muss dazu sagen, mit dem Netz war ich hier auch nicht zufrieden. Es hat funktioniert, das war okay. Und für den Rush Hour Mode ist das vielleicht auch legitim. Im Endlos Mode wäre ich da wahrscheinlich ein bisschen anders vorgegangen, um ehrlich zu sein. Ich habe hier nochmal überlegt, okay, ich möchte nochmal Gleis 1 von West India Quay mit Canary Wharf Gleis 1 verbinden. Auch da habe ich nochmal eine kurze Verbindung gesetzt. Wir haben natürlich hier immer das Problem, dass wir ans Limit kommen, was die Schienen angeht. Im Übrigen Schienen, auch ein guter Stichwort. Oder ein gutes Stichwort. Wir haben am Anfang, es gibt mehrere Gleise mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Das Gleis hier hat jetzt eine maximale Geschwindigkeit von 80. Es gibt aber später noch Hochgeschwindigkeitsschienen. Und wir können die Schienen dann auch relativ einfach upgraden. Ja, und jetzt hatte ich es halt so weit bekommen, dass ich Canary Wharf mit West India Quay, also jeweils die Gleise 2 und 3, auch nochmal verbunden bekommen habe. Worüber ich dann am Ende sehr glücklich war. Und so hat es halt irgendwie funktioniert. Und wie gesagt, das ist halt Welle 4 von 10. Jetzt überlegt euch mal bitte, was bei Welle 10 passiert. Also wie viele Züge da halt kommen und wie gut ein Schienennetz da sein muss, damit man das alles zeitlich hinbekommt. Denn eine Welle schlägt fehl, sobald wir einen Zug nicht abfertigen können, die Züge crashen oder irgendwas anderes unvorhergesehen ist passiert. Und glaubt mir, es kommen sehr viele Züge rein bei den späteren Wellen. Und das ist nicht gerade wenig. Also da muss man schon, da kommt man schon ein bisschen ins Schwitzen. Was aber auch ganz angenehm ist unter Umständen. Wenn man nicht ins Schwitzen kommen möchte, wenn man sagt, oh nee, ich möchte irgendwie entspannt spielen, wie gesagt, dann schaut euch den Endless Mode an. Den stelle ich euch dann in der nächsten Folge vor. Und in diesem Sinne haben wir schon wieder eine Folge rum. Krass. Das ging auch schnell. Ich würde sagen, ich zeige euch beim nächsten Mal einfach den Endless Mode. Da hatte ich mir Berlin rausgesucht. Ja, es war Berlin. Und dann gucken wir mal, was man da so alles Schönes machen kann. Wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ein Abo. Und über einen Kommentar freue ich mich natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer.